Hallo meine Lieben, ich erzähle euch in diesem Video etwas über Junior Companies. Zunächst einmal, was sind Junior Companies? Wir reden hier von realen Unternehmen, die im Rahmen des Schulunterrichts von Schülern und Schülerinnen im Alter von 15 bis 19 Jahren aufgebaut und geführt werden. Sie entwickeln Produkte, bieten Dienstleistungen an und durchlaufen alle Phasen eines realen Wirtschaftsprojekts, von der Ideenfindung und Teambildung über Planung, Produktion, Marketing und Verkauf bis hin zum Geschäftsabschluss. Dadurch, dass die Junior Companies international bekannt sind und viele Länder involviert sind, treffen sie sich an verschiedenen Orten wie auch in Wien bei der internationalen Junior Messe bei Wien mit in der Mall. Wir sind am 9. März für euch dorthin gefahren und haben ein paar Aufnahmen mitgebracht. Ganz klar. Wir dürfen auch, wie gesagt, gehen wir nicht mehr in Grafik nehmen. Und nun mal wasser. Aber das ist so, dass wir nicht mehr in Grafik nehmen. Also, es ist ein Netzwerk, da. Die Agenten dürfen dann eine Gruppe von Leuten aufstellen, die zu dem Gebäude hingehen. Das Problem ist aber, wenn ein Räuber ist und keine Diagenten... Auch unsere Schule, die Halbe 10, macht bei diesem Projekt mit. Zum Beispiel gibt es die Firma unserer Klasse Skalt, welche wunderschöne, phänomenale und atemberaubende Karten produziert. Diese durften wir am Tag der offenen Tür verkaufen. Können wir die nochmal runter haben? Nun sind wir am Ende angelangt. Im Großen und Ganzen hat mir das Projekt sehr gut gefallen und ich bin dankbar für die vielen Erfahrungen, die ich machen durfte. Tschau!